Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Danke Vater, einfach, dass du mir so coole Sachen einfach erleben lässt und dass ich einfach davon berichten darf, dass es einfach nur zeigt, wie gütig du bist und ich bin einfach gespannt, wie und was ich einfach erzählen darf und wie du mich einfach begleitest und wie dein Wort einfach durch meine Lippen einfach strömen darf, wie ich einfach durch dich einfach geleitet werde. Vater, leite mich und lass mich einfach das sagen, was irgendwie wichtig ist in diesem Zusammenhang und lass einfach auch die anderen Menschen einfach darüber nachdenken und dass man vielleicht, dass man da einfach helfen kann, dass man da einfach einen kleinen Impuls einfach auch schaffen kann. Es ist wichtig, dass wir einfach erkennen, dass du der einzig wahre Gott bist, Vater. Dass du derjenige bist, der alles bezwingen kann, der uns nie im Stich lässt. Amen. Ich habe euch heute mal eine kleine Geschichte mitgebracht, denn diese Woche hatte, ja, eine gute Freundin, Geburtstag. Ich habe für euch heute eine kleine Story, die ich mit Gott einfach erlebt habe, wovon ich euch berichten möchte und die ist noch ziemlich frisch und ziemlich neu und deswegen will ich euch davon erzählen. Denn es war gestern gewesen, ich musste ja gestern arbeiten bis 19 Uhr und als ich dann Schluss habe, habe ich mir dann eine Fahrkarte geholt und bin dann in die S-Bahn eingestiegen und musste ja nach Berlin fahren. Doch am Bahnhof habe ich mir erst mal schon die falsche Fahrkarte gekauft und dann saß ich so in der S-Bahn, bin dann Berlin-Wahnsee ausgestiegen und in Berlin-Wahnsee dann in die S1 gestiegen, um dann weiterzufahren, also mit Oranienburg oder Frohnau, ja, ich glaube Frohnau heißt das, und saß dann so, hab dann, ähm, ja, Basti GHG geguckt, das ist ein Mike-Werft-YouTuber und dann tatsächlich, ähm, hat, kam mir aber so ein Moment so, wo ich mir so gedachte, hm, du solltest vielleicht nochmal auf die Fahrkarte schauen, ob du die richtige Fahrkarte gekauft hast. Ja gut, ich habe nicht die richtige Fahrkarte gekauft, denn ich habe eine Potsdam AB-Fahrkarte gekauft, und ich hätte eine Berlin-AB-Fahrkarte gebraucht. Ja, und dann, ähm, war mir halt so die ganze Zeit mulmig und ich habe dann zum Vater gebetet, ja Vater, pass auf, dass ich da irgendwie nicht irgendwie erwischt werde, ähm, und ich habe dann auch versucht, über die App, über die D-App, dann irgendwie, ja, mir eine Fahrkarte zu kaufen, aber das hat irgendwie nicht funktioniert, weil ich wusste mein Passwort nicht und war dann so ausgeliefert und, ähm, der Vater hat mir halt rechtzeitig dann so gezeigt, wo ich dann halt auch, steigen musste, dann bin ich ausgestiegen und gegenüber der Haltestelle war dann ein Restaurant und ich bin genau in dem Moment ausgestiegen, wo dann, ähm, Ticketkontrolleure reinkamen. Also ich hatte total mega Glück und dann habe ich mir an dieser Haltestelle eine Bahnkarte geholt, musste dann noch ein bisschen warten, glaube ich, waren so acht Minuten oder so und da kam aber auch schon die nächste Bahn. in die nächste Bahn bin ich dann eingestiegen, habe mich dann hingesetzt und, ähm, ein paar Haltestellen weiter ist dann ein Mann eingestiegen, der hatte dann so Zeitungen, kennt ihr bestimmt, irgendwie von Kaufland oder von Rewe, dass da jemand steht und dann Zeitungen verteilt und euch dann fragt, ja, ob ihr eine Zeitung haben wollt und, ähm, ihr kennt bestimmt dieses Straßenfeger-Magazin oder der eine oder andere kennt bestimmt diese Magazine einfach oder diese Zeitungen einfach verkaufen werden und den, den, ähm, womit einfach anderen geholfen wird, die, ähm, ja, nicht so viel Geld einfach auch haben, die auf der Straße einfach leben und diesen Verdienst einfach leben dürfen und das Coole an dieser Situation war, ich hab dann mal, äh, hatte ja mein Kopfhörer noch drin gehabt und hab dann Musik gehört, hab den einen Kopfhörer rausgenommen und hab dann so zugehört, was er so gesagt hat und dann hab ich einfach mal so beobachtet in der S-Bahn, wie die Leute sich benommen haben und die meisten hatten ja natürlich Kopfhörer drin, hatten alles Mögliche drin und jetzt endlich hätte es so sein können, dass der, ja, einfach an, ähm, an die Leuten einfach vorbeiläuft und einfach nichts bekommt und wie, ja, dass irgendwie keiner irgendwie auf seine Frage oder so antwortet und keiner irgendwie sagt, ey, komm, ich nimm eine Zeitung, um denjenigen zu unterstützen, obwohl ich vielleicht keine Zeitung haben will und einfach auch so zu unterstützen und das Interessante war, dass genau in dieser S-Bahn man gesehen hat, wie jeder einzelne oder fast jeder irgendwie was dazugegeben hat und du hast gesehen, wie großartig diese Güte war und das war so ein geiles Spektakel, da hatte dann eine Frau noch was zu essen gehabt und meinen so, ähm, ja, sie können auch gerne mein Essen haben und hat das dann einfach auch geschenkt und du hast einfach so gesehen, wie der Mann einfach überschüttet wurde mit der Güte und das bringt mich gerade zu dem Punkt, ähm, dass man ganz gut da wieder sieht, wie gütig eigentlich der Vater ist, wie gütig Jahwe ist zu uns, wie viel wir einfach geschenkt bekommen, obwohl wir es vielleicht noch nicht mal verdient haben und wir dürfen diese Geschenke einfach annehmen, wir dürfen auch uns gegenseitig helfen und ich fand diesen Moment einfach so erstaunlich, weil er hat einfach nur gezeigt, wie gütig unser Vater ist und das ist so cool, das bringt mich so ein bisschen zu einem Text, den ich vorhin, ähm, ja, geschrieben hab, wo ich mir einen Podcast angehört hab und in diesem Text, ähm, steht es, ähm, der Vater ist dein Hürde und wir sind seine Schafe, er ist so gütig zu uns und schenkt uns so viel und wir dürfen das einfach annehmen, wir dürfen uns helfen lassen und diese Situation hat einfach nur gezeigt, wie gütig der Vater ist, wie wichtig es auch immer wieder ist, dass wir einfach auch selber aus eigenen Willen helfen und der Vater, der hilft durch uns und das ist das Coole. Es ist nicht irgendwie so, dass auf einmal da jetzt so Spezialeffekte auftauchen und dann auf einmal Geld vom Himmel rieselt, sondern, ähm, es ist einfach so, wie du es einfach nicht erwartest. In diesen Momenten, wo du es nicht erwartest, überschüttet uns der Vater und der lässt uns nicht im Stich und, ähm, so ist es gerade auch bei mir, dass ich das sehr gut merke, ich habe das in meiner Ausbildung gemerkt, wie gütig einfach der Vater ist, wie oft er mir geholfen hat, wie dankbar ich einfach sein kann für all die Geschenke, die ich bekommen habe, für all die Momente, die ich erleben darf, auch wenn jeder Moment nicht irgendwie schön ist und, ähm, ja, also nicht so schön ist und man den vielleicht nicht erleben will, doch in dem Moment es wichtig war, dass man es erlebt hat. Das ist einfach nur total cool und einfach auch zu sehen, wie der Vater einfach Mauern einreißt, die sich vorhin aufgeborgen haben, ähm, aufgebergt haben, die sich vorhin aufgebaut haben, nice, schön, jetzt erstmal das richtige Wort erst finden, und, ähm, dann sich aber vorhin abbauen und die Mauern werden eingerissen vom Vater und er lässt von der Mauer nix mehr stehen und er hilft dir einfach. Er hilft dir und zieht dich aus dem Schlamm. Das ist so cool einfach. Und ich fange jetzt bald als Erzieher eine Ausbildung an, hab da jetzt noch keinen Teize-Platz und deswegen möchte ich nochmal zum Abschluss mit, in diesem Podcast mit euch beten, denn ich glaube, es gibt jedem, es gibt immer wieder einen oder andere, der bestimmt gerade in diesem Moment Hilfe braucht, die gerade in diesem Moment einfach mal es gut wäre, wo er es sieht, wie gütig einfach der Vater ist und sich einfach helfen zu lassen vom Vater. Ja. Ja, danke Vater einfach, dass du mich so reich überschüttest, dass du uns so reich überschüttest, auch wenn wir es manchmal einfach nicht mitbekommen, auch wenn wir manchmal einfach zu störrisch sind und einfach gegen die Mauer rennen, wo wir vielleicht gar nicht lang sollen. Du führst uns, du verherrlichst dich immer wieder und das ist so cool, wie dankbar wir einfach sein dürfen für all die Gaben, die du uns geschenkt hast. Es nicht selbstverständlich ist, dass wir eine Wohnung haben. Es nicht selbstverständlich ist, dass wir beim Einkauf in der ersten Reihe stehen und ganz schnell einfach durch das Geschäft kommen und dann auf Toilette gehen können. es gibt so viele Momente, die uns selber nicht klar sind und es muss nicht irgendwie mal so ein großer Moment sein, wo wir einfach sehen, wie gütig wir beschenkt werden von dir, sondern es sind auch manchmal einfach, es sind oft einfach die kleinen Momente, die zu den großen führen und das ist so cool, das immer wieder zu sehen, wie du uns nicht im Stich lässt und auf deine Schafe einfach aufpasst, wie du kein einziges Schaf davonlaufen lässt, sondern auf sie aufpasst, ein Schaf, was sich verirrt hat, wieder zurückbringt und 99 Schafe stehen lässt, um das einzelne Schaf wieder zurückzubringen. Es ist so unglaublich und ich bitte dich einfach, dass du jenen Einzelnen einfach stärkst, dass du jenen Einzelnen hier Mut schaffen lässt, Vater, dass du einfach ihm zeigst, wie lieb du ihn hast, wie sehr du ihm einfach auch helfen möchtest und wie groß du dich einfach in ihn auch verherrlichst, Vater. Es ist so cool, wie und was du für ein gütiger Gott bist und wie viel Wort einfach in dein Wort einfach steckt, wie oft du einfach die Wahrheit sagst und wie du immer die Wahrheit auch sagst, Vater, und wie du einfach den Teufel einfach besiegst, Vater, und die Liebe einfach siegt. Amen. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen und wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi Kowski.